hallo zusammen schön dass ihr wieder dabei seid so heute gibt es die auslosung das heißt die bekannt gabe der acht gewinnerinnen turbo verlosung am sonntag acht mädels hatten die chance zu gewinnen hochwertige tolle produkte von name make up milano ja also mir ist aufgefallen ihr süßen das klo serum war der absolute renner der favorit aber es können ja immer nur eine das produkt gewinnen ich würde euch ja gerne alle beschenken aber immerhin acht ist ja auch schon mal eine zahl so lange rede kurzer unsinn also fangen wir jetzt mal an die eyeshadow palette in braun ich halte sie hier noch mal hoch hat gewonnen also der zufalls generator hat das alles entschieden heute nacht also in der nacht vom samstag zum sonntag zum montag genau endete die verlosen also die eyeshadow palette braun hat gewonnen ulrike rennwanz liebe ulrike ich gratuliere dir herzlichen glückwunsch ich hoffe du hast deine freude damit also aufziehen reinschieben zumachen dann hatte ich noch eine eyeshadow palette in der farbe safran diese wunderschöne kleine eyeshadow palette hat gewonnen die annemie blümchen ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen annemie blümchen liebe annemie auch dir herzlichen glückwunsch dann haben wir diesen highlighter diese highlighter cream hat gewonnen highlighter hat gewonnen monika großes haarpunkt liebe monika ich freue mich für dich ihr setzt euch bitte alle mit in verbindung ja ihr schreibt mir ihr müsst natürlich auch adressen schreiben das nächste schöne stück das war ein liquid concealer ein hochwertiger concealer den hat gewonnen die simone herrlte liebe simone herzlichen glückwunsch dann haben wir diese die wein mascara die wein mascara hat gewonnen ich muss nachschauen hier gabriele noreg liebe gabriele auch dir herzlichen glückwunsch ich freue mich natürlich für euch alle weil ich finde es schön ich mag das anderen leuten freude zu machen da freue ich mich so sehr ist noch mehr als wenn ich selber was geschenkt bekomme so dann hatten wir den green look für eine gerötete haut den green look hat gewonnen da gab es auch eine menge bewerber birgit petchenka ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen birgit petchenka du hast diesen green look gewonnen auch du setzt dich bitte mit mir in verbindung dann hat man diesen tollen nude look zu verwenden als getünnte tagescreme oder als primer um eine hohe deckkraft zu erlangen hat gewonnen ute alte post ute herzlich glückwunsch auch du setzt dich bitte mit mir in verbindung ja und das highlight das highlight dieses tolle serum dieses nude glow serum hat gewonnen vergiss mal nicht rose liebe vergiss mal nicht rose setzt auch du dich bitte mit mir in verbindung damit ich dir das zuschicken kann die anwendung ihr wisst ja man kann es einzeln verwenden ich würde es immer in verbindung mit einer foundation oder hier mit so einer leicht getönten tagescreme jetzt habt ihr diesen tollen yoga skin look das ist nicht so aufdringlich ein sehr verhaltener schöner glow macht es mit den fingern oder mit den pinseln wie ihr es am liebsten mögt ich würde es nicht unbedingt mit einem schwamm nehmen weil so ein schwamm der verbraucht zu viel produkt aber das ist ja letztendlich eure sache so noch mal zu näh kosmetik näh make up kosmetik milano wird vertrieben über deuten jetzt komme ich wieder auf deuten zu sprechen weil ich angeschrieben worden bin hast du eigentlich einen rabattcode also ich habe keinen dauerhaften rabattcode von deuten weil deuten verteilt diese kurzsicht inflationär das ist das heißt zweimal im jahr ostern und weihnachten damals im november war das der der start für mich der startschuss mit deuten überhaupt jetzt haben wir bald ostern das heißt am 18 18 märz für zwei wochen gibt es dann wieder ich glaube 20 prozent nagelt mich bitte nicht fest ich glaube 20 prozent sind das ich verlinke das dann alles so mal ich mache nochmal explizit ein video dazu und stelle euch so meine lieblingsprodukte von deuten noch mal vor und auch von näh kosmetik also was ich so gerne benutze ihr könnt selber gerne auch auf dieser homepage gucken die haben eine sehr kompetente beratung auch wenn ihr anruft viele haben das ja schon gemacht ihr kriegt probepäckchen zugeschickt und das ist kein roboter der da antwortet das ist eine kosmetikerin die da sitzt und sich mit euch auseinandersetzt bei unverträglichkeiten können produkte auch zurückgegeben werden ist alles ganz easy peasy aber das erkläre ich alles noch mal extra also für diejenigen jetzt die traurigsten äußere ich das nicht es kostet 25 50 dieses kloserum und wenn ihr 20 prozent bekommt könnt ihr euch ja aussuchen ist dann spart ihr schon ein bisschen also wartet vielleicht mit der bestellung bis zum 18 19 märz und dann könnt ihr diesen rabatt gut einlösen so noch mal an die gewinnerin herzlichen glückwunsch ich freue mich sehr dass ihr die produkte gewonnen hat für die anderen bitte nicht traurig sein ich werde immer wieder verlosung machen es ist hier nicht wie bei germany's next top model wo nur eine gewinnen kann sondern hier konnten acht ladies gewinnen und ja also bis zur nächsten verlosung ich mache so was immer spontan ich hatte das wirklich habe das ganz ganz spontan entschieden am samstag mache ich eine verlosung also sowas geht bei mir ist so eine herzensgeschichte naja gut ihr süßen ihr setzt euch bitte mit mir in verbindung ihr acht ladies und schickt mir eure adressen und dann gehen die sachen zu euch auf die reise in diesem sinne wünsche ich euch wie immer das beste seid besonders gut zu euch und bis bald ciao